Die soziale Marktwirtschaft ist gerade im Zeitalter der Globalisierung zukunftsfähig, weil sie große Stärken besitzt. Sie geht aus von der Marktwirtschaft, die Wohlstand schafft, die den Menschen die Freiheit gibt, sich wirtschaftlich zu betätigen. Und sie verbindet dies mit der Vorstellung eines Staates, der zuverlässig Regeln setzt und auch für eine soziale Grundabsicherung sorgt. Und das ist das, was viele Länder brauchen.